Was geht ab? Herzlich Willkommen bei Soccer Performance heute, Woche 15, Tag 2, Mittwoch in der Real Journey Playlist. Schip hat leider die Technikeinheit verpasst, macht aber nichts dafür. Sorgen wir heute, dass er im Krafttraining ein bisschen mehr macht, ein bisschen mehr Wiederholungen, mehr Sätze. Morgen habt ihr dann frei, Freitag ist dann wieder Training, bei Müllwärtshofen werden wir auch morgens was machen dann noch und dann am Wochenende spielen und im Turnier. Jetzt machen wir Krafttraining, mehr auf Schnelligkeit ausgelegt, Speed, legen wir los. Ja, erste Übung mit der Trapper oder Hexbar, kann man sie auch nennen, so eine Mischform aus Kniebeugen und Kreuzheben, schauen, dass ihr die Schultern zurück habt, nur ganz ganz leichtes Vollkreuz, runter gehen, wieder hoch. Und hier auch auf die Beinachse achten, also nicht zu weit nach außen, nicht nach innen. Hier gerade die Beinachse, davon macht Bucic jetzt erstmal 10 Wiederholungen. Mudass ist auch noch dabei für ihn, das Gewicht noch nicht, sind auch ein bisschen zu jung, machen wir andere Übungen. Mudass macht Sportjump. Auf diese Höhe, okay. Ähm, passt es so? Ja. Ich mach's dir, ich sag's dir. Komm, 10 Wiederholungen zum Aufwärmen. Super Form. Einmal Boxschnaufen lassen. Zack. Du musst doch bei der Landung schauen, lass es nicht. Der Wackel und dann spring nicht runter, sondern steigt ab. Dann machst du den nächsten Box. Zack. Machst du nur so ganz leicht runter und dann kannst du raus explodieren. Lass sich Gewicht gewährst auf der Ferne. Wenn du willst, kannst du auf die Tür aufstehen. Wenn du willst, kannst du auf die Tür aufstehen. Schöne Wiederholungen. Ja, im Prinzip dann packen wir mal 5 Kilo drauf, würde ich sagen. Ja, Mann. Hier Gewicht ist sehr so mittig, nicht von. Ja. Es ist sehr super. Ja. Ja, ich gucke. Ja, ich gucke. Das ist so, wie wir heute Morgen. Ja, man kann, wenn du so die Tür nicht gesteigert. Da, ich gucke. Ja, ich gucke. Ja, ich gucke. Ja, ich gucke. Ja, ich gucke. Pause. Du dachtest, die nächste Übung bei dir auf die Folge auf. Wieder die gleiche Höhe. Springs da, werdet es dir in Ausfallschritt. Schau einfach, dass deine Füße so sind, okay? Nicht so, sondern da, wo der eine anfängt, werdet der andere auf. Ausfallschritt. Springs hoch. Zack. 1. 5. 5. 1. 2. 3. Jetzt mach 5 und dann spring nochmal. 5 Trim. 1, komm. Das Gewicht ist hier hinten. 2, du kannst bis zu weit auseinander gehen. 3, 4, 5, dann steig raus und mach nochmal. Spring so, ob du kannst. Also, Skierkorb brauchst du auch noch mal. Aber wir gehen jetzt hier. Du hast jetzt der Skarpot. Jetzt gehen wir ganz runter. Dann direkt die andere Seite. Hier ein Stück okay. Du bist auf einem Bein. Das andere hast du in dieser Sprintstellung okay. Dann gehst du runter. So. Springst wieder hoch und landest aber wieder auf dem Bein. Schaut so aus. Dann machst du 5 pro Seite. Mal jetzt auch noch 2 zu anderen. Einmal zum Ausgleich. Am besten auch in dieser Position landen. Am besten auch in dieser Position landen. Also so. Ausgang ist hier runter. Ausgang ist hier runter. Ausgang ist hier. So. Ausgang bist du mit. jetzt. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, schön exklusiv nach oben. Komm, Brustraum. Das ist ein Schlag, Brustraum Ende. Sehr gut. Fuß bis hier nach hinten. Ja. Komm, weiter, weiter, komm. Und Gewicht hinten auf den Pferd. Ja, genau, super. Super, komm. Mach deinen Zeh. Seitstütz. Mal schauen, ob das von der Höhe her geht, okay? Gehst hier drauf, den ziehst du an. Du gehst hier in den Seilstütz rein, okay? Du hältst es. Komm, Bein ist gestreckt. Oberes Bein, ja. Geh bisschen näher ran mit deinem Arm. Ja, höher mit der Hüfte. Das Bein auch absetzen. Halt mal kurz. Super, ein bisschen weiter rein. Brust aus. Top. Untertitelung. Jetzt gehen wir hier in den Händen. Hier ist diese Stellung, okay? Ich sag, vorderen Fuß belassen. Ich werde es hier Hüftbeuger vor allem merken. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Brustgefühl für die Beschleunigung. Hüftbeuger und Pro sind beim Sprinten am wichtigsten. Ich meine, Hemstring. Und wie heißt der nochmal? Hinterer Oberschenkel, meine ich. Da wirst du es merken. Schau wieder, dass du hier dein Gewicht auf der Ferse hast, okay? Die Händen auf die Spitzel, oder? Händen auf die Spitzel kannst du hochgehen. Da sollst du auch nicht so viel Gewicht drauf haben. Das ist nur eher zur Stabilisierung. Ich vermute, dass du mal so ein 360 Grad View, wenn du schief die Übung machst. Ja. Also du gehst jetzt in den Seitstütz. Das ist so ein bisschen ähnlich wie die Übung, die wir gerade auf dem Platz gemacht haben. Du hast hier wieder vielmal mehr da hin. Genau. Die Wand leicht auf Spannung bringen. Das ist hier mit dem Seitstütz. Und dann. Oh, das ist okay. Ja, es hat jetzt keine Spannung. Aber ich werde doch weiter umgehen. Okay, also. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.